moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge x4 foundations so meine station ist um schon am arbeiten und zwar ja hier ist eine kleine hölle los das e3er dock wurde schon gebaut und die das administrator zentrum wird jetzt nachträglich gebaut ich zeige euch gleich mal wie ich meine station vorstelle was sie produzieren soll denn ich sag mal so es sind erst mal kosten von etwa 50 millionen credits da muss ich wahrscheinlich wieder polen afk gehen sind am hintergrund laufen lassen und die dress machen halt meine leute es ist schwierig so wir geben der hier oder schon fast alles eingekauft es hängt alles nur an der albatros zusammen so denn wir verlassen mal ganz kurz das spiel das können wir mal beenden so und folgendes das ist das hier ist seite www.x4-game.com stationskalkulator und ja das ist das was ich mir vorstelle wie ich meine fabrik aufbaue halt mit zwei aber jetzt weiß ich nicht mit den energiezellen produktionen nach was sich das richtig ob bei einer sonnen kapazität von von 100 prozent ich gehe mal eher davon aus von 100 prozent denn ja 100 prozent ist er sag ich mal so als standard aber wie gesagt zwei stück reichen aus und ich hätte dann immer noch ein plus von 13 13 360 energiezellen im plus hätte ich jetzt vier stück mehr wenn es bei 37.360 aber zwei stück reichen aus wasser produktion habe ich im plus von 3400 aber dafür brauche ich verdammt viel eis also 19.200 jetzt ist es so man kann hier auf der anderen seite einstellen ob die miner das selber abbauen sollen oder nicht ob es gekauft werden soll denn ich habe jetzt an den haken drinnen dass die miner das selber soll abbauen das heißt ich bekomme ein profit von circa 3,2 millionen credits die stunde mache ich das weg 2,6 millionen so und hier sieht man auch was dann gekauft werden soll eis für jeweils fünf knapp 600.000 aber das soll meine miner machen das geld kann ich wieder reinholen energiezellen das sieht wir mal was die hier bringe genau ja weil das meiste bringt hier die futrationen oder beziehungsweise space sweet und space fuel denn das werde ich definitiv auch noch produzieren space sweet und space fuel also raumsprit und raumkraut raumkraut bringt auch sehr sehr viel aber dafür benötigt hat die swampland production swamp weil ich jetzt nicht was das noch mal ist swamp müsste ich mal nachschauen weil mein englisch ist nicht gerade so toll wir brauchen hier fleisch für die für die raumspielplanerei futrationen benötigt space sweet und ja das sind sag ich mal so mein kleiner stations komplex aber ich werde dann die station so aufbauen dass ich die jederzeit wieder erweitern kann ja also ja wie bei factorio einfach immer bisschen luft lassen dann immer nach links und rechts weiter denn ich will die station sag ich mal symmetrisch bauen also bauplanen wie sie hier schon ist ja das heißt die streckt sich nach hinten weiter raus da kommt eine station links mit raumsprit oder sag ich mal mit energiezellen rechts eine mit energiezellen und dann nichts mehr dann kommt der nächste verbindungskreuz dann kommt dann sag ich mal hinten dran die wasserproduktion eine rechts wieder eine da stehe jeweils kann immer so weiter nach rechts und links ausstrecken falls ich mal mehr geld brauchen so das wäre das ja momentan geldmangel das ist eigentlich eher standard dass ich hier geldmangel habe also so dann ja heißt eigentlich nur noch warten bis die station fertig ist äh ich könnte ja das habe ich alles schon erledigt modifikation da ärgere ich mich schon ein bisschen drum wir haben hier zehn millionen raumfliegen das ist klar oh die ah wir wollten ja ähm ja 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 wir wollten teleportiere zu eine emp bombe kaufen eine emp raum raumanzug emp bombe oder emp raumanzugs bombe ja das ist immer typisch speichern denn ich brauche ein habitat jetzt weiß ich nicht ob ich dann von den teladi soll holen das ist ja eher sage ich mir so jetzt eine gemischte äh basis oder station äh von agonen und teladi eine gemischte station äh hier stimmt was nicht die ist nicht zusammen so ah dieses schiff das ist hier so äh ah ja ich wollte gerade sagen das schiff ist irgendwie so unbeweglich so hier agent 47 ne stopp das ist agentin 47 aber naja würde nicht passen sie hat haare auf dem kopf so dann schauen wir mal ob er eine emp anzugs bombe hat und zwar händlerbereich schau mal er hätte fernzünder die brauche ich definitiv instabiler kristall weiß jetzt nicht magnet stein vier stück feldmatrixen weg äh raumanzugs äh bombe ja toll hat eine bombe ich brauche aber allerdings das ist ne emp ich denke mal ich denke die muss ich mir glaube ich selber craften hat schick hat schick kommt weg ja ich muss irgendwie jetzt mal schauen dass ich hier an dieses magnetischen rankomme ich wünsche eine gute reise ich brauche nur ein einziges kann das sein oh ne ich kann sie bauen vier stück wunderbar da können wir das doch austesten höhöhöhöhöhö teleportiere zu oh wer hat denn ein oh gott wer hat denn ein ich fliege mal dorthin oh jetzt habe ich ein problem jetzt habe ich ein problem ich weiß nämlich nicht wer hier alles ein habitat hat das ist ein container lager kann ich das irgendwie näher heranzoomen ne ne oh wer hätte denn ein habitat haben die haben ein administrationszentrum das ist lagermodul wie es aussieht das könnte dein habitat sein das könnte dein habitat sein ne das sind das sind ähm äh frachtcontainer aber das hier ist eins ok dann müssen wir jetzt erstmal dort hey agent 47 das ist er doch wir müssen jetzt da dorthin fliegen leider 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 weil ich schon mal ob ich hier noch irgendwo noch eine andere Möglichkeit finde ausrüstungs-doc administrationszentrum ah ne hier sind lagermodule das sind dann sind das hier doch dann sind das hier doch ja sind das hier oben doch ähm happy tatte naja grad mal nachschauen denn ja dann schauen wir mal ganz kurz ja da ist ein habitat ok hat halt nur so ausgesehen wie ein Dings ist die Frage was ist das für eins ein m habitat m m wenn dann schon groß na wenn dann schon groß und die große sollten ein stich hier haben sagt die aufnahmezeit ja zehn minuten das packt man auch der stationslager der baulager wenn dann schon ein habitat muss es sein aber jetzt auch die frage wenn ich das zeugs produzieren nutzen das auch also die arbeiter nutzen die an von meiner produktion meine wahren schaffe mal was soll da hinten ja das ist glaube ich ein elfer müsste das sein und was haben wir hier ein m ne dich will ich nicht haben ist doch kein er hat denn hier ein hätten hier ein habitat das ist administrationszentrum ja es fängt die die blöde sucherei an das hier hat man sieht die anders aus ich glaube ja die sieht anders aus gleich darüber geflogen ansonsten wenn ich es da kein 11 hinter muss halt das herhalten klar ich könnte mir jetzt auch eins kaufen der schlappe 22 millionen aber ich will das mal ausprobieren mit der raumanzugsbombe man verliert kurzzeitig mal den ruf ja den verliert man aber so lange so kurzzeitig ist es mir eigentlich noch egal wenn sich lang auf dauer ist naja wo ich halt den ruf wieder herstellen aber so habe ich ja bei das sehen wir gleich ich glaube bei denen habe ich einen ruf von 22 als 20 okay wie denke ich auch noch wenn der runter fällt auf 18 17 halb so schlimm meine transporter sind wieder gut dabei so ist das ein l was bist du ja ein l habitat gut alles klar da würde ich sagen sprengen wir mal ein loch hinein besser an einer stelle wo man gut dran kommt am besten unten grad hier so und ganz wichtig ist abspeichern es könnte ja mal was schief gehen so wenn wir abgespeichert haben drücken wir mal ab ich hoffe mal die station hat jetzt eigentlich irgendwo waffen in der nähe so raumanzug und wir geben gas bombenwerfer das ist doch noch groß die station wie sieht es überhaupt aus mit der außenansicht da bin ich als bin ich noch am aufnehmen ja ich bin noch am aufnehmen ja ich bin halt hier als teladi im weltraum unterwegs ziemlich cool muss ich wirklich sagen so so dann schießen wir die mal ab pop pop jawoll und dann mit der interaktionstaste mit der mittleren maustaste das wollte ich jetzt eher nicht tun ich wollte jetzt nicht doch eine abschießen antigen memorial ja ich wollte jetzt nicht aus passieren zwei stück abwerfen das wäre jetzt ein bisschen doof schätze sollten f drücken weil mit der mittleren maustaste schießt man ja auch noch den sinn habe ich immer nicht verstanden den sinn habe ich leider immer nicht verstanden mit der mittleren maustaste und schießen naja egal wenn wir ganz kurz schnell spielen laden ja schnell ist relativ so so ja schwarz schwarzer anzug und dann würde das passen bei dir so das ganze noch einmal was so schön war hoffe ich jetzt hier richtig schwarzer anzug weg damit f und bombe auslösen so wir haben hier vier stück Und es ist höllisch laut Und eine davon wird auch meine Meine Blaupause sein Hoff ich mal Ja, Signal verloren Daten eingesammelt Daten eingesammelt Wie gesagt, die Fabrikstation ist jetzt Zeitweise feindlichst mir, aber hat immer noch Plus 20 Aber hier immer noch ein bisschen die Geschwindigkeit Richtig einstellen So, und der letzte ist dann halt Auch meine Blaupause Weil, so war es ja beim Dead Auch gewesen Hop, Argon L-Habitat Data Mining Errungenschaft freigeschaltet, sehr schön So, und dann Verdrücken wir uns mal wieder ganz schnell Weil schießen Tut ja nicht die Station Auch wenn ich kurzzeitig verfeindet Mit denen bin So Dann hätten wir Das Habitat Wir kehren wieder hier hinten zurück Teleportieren zu Doch Und dann kann mir auch Jetzt ja nichts passieren Puh So Wie weit bist du dann oben? Du hast Die Stations- Also die Verbindungsrüste Bis jetzt zu anbauen Das ist gut Und dann Geldmittel verwalten Bitteschön Hast du ein bisschen Geld von mir? Zwar nicht viel Aber hey Puh Was wird jetzt da gebaut? Kreuz So Ja, die Frage ist jetzt da Die Habitate Ähm Lagermodule Wohnmodule Dann ist mal die Habitate Hier eins hin? Nee Oder? Puh 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 Die Habitate haben ja nur Pfeile Oben und unten Ne Das würde dann bedeuten Hier eins hin? Hm Puh Gute Frage Nächste Frage, ne? Was bringen denn überhaupt die Habitate? Enzyklopädie Arbeitskräfte 1000 Puh Puh Komm Einer dahin Und einer dahin Ich will jetzt gar nicht wissen, wie teuer die sind Na ja, neun Millionen Geht eigentlich noch Puh Geht eigentlich noch Ich hätte es schlimmer vorgestellt So Bauplanen Puh Lager Lager Module Dock Module Wir nehmen hier Wir nehmen hier Die mittleren langen Wir nehmen mal hier die ganz langen Jeweils immer hier So Kreuzungen dazwischen machen Für den Ernstfall So Ja Hey Klingt komisch Ist aber so So Wir speichern das hier einmal ab Ähm Was hat denn der für ein Aber was hat denn der gerade Habe ich Hä Was hat denn der gerade Da geladen Was war das für ein komplex gewesen Habe ich jetzt ja gar nicht mitbekommen Ach egal Die paar Sachen hier Die kann ich noch so einbauen Aber das war ja auch Bisschen verwirrt gewesen Aufgebaut Weil ich wollte eigentlich ja nur wieder abspeichern So Wohnmodule So Produktionen So einmal hin Und so einmal hin Und dann sehe ich ja Ich weiß nicht Ich denke mal die mittleren langen würden auch reichen Wenn ich jetzt da hole Wasseraufbereitung Die Oh Wasseraufbereitung gehen ja nur nach oben Ah Da müsste ich doch hingehen Äh Andere Module Was sie auswählen Oh Ne Ich glaube ich brauche einen kleinen Entfernen Basismodul Rüber Kopiere Modul Kopiere Modul Kopiere Modul Kann ich das Kopiere Sequenzen Ah Kopiere Sequenz Da kann man das noch so machen Hehehe Ok Ok Das ist auch gut zu wissen Wenn man Kopiere Sequenz machen tut Dann kann man das Ganze hier Komplett hier nehmen Und drüber setzen Aber das brauche ich nicht Ähm Ja Das war jetzt ein Denkfehler von mir Ich hätte das mit einem kleinen Modul ausprobieren So Scheiße Äh Ich habe aus Versehen entfernt gedrückt Entfernt wäre ja löschen Ah Bauplan Ah leck mich Äh Na ja Ist ja schnell aufgebaut So Andere Module Kopiere Modul Kopiere Modul Das hier Und das hier Kopiere Sequenz Kopiere Sequenz Und dann Wasseraufbereitungsanlage War Hier Ich hoffe mal Die kreuzen sich nicht Ne Wir bauen mal vier Stück Zur Not So Das nächste wäre Oh Gott Die Fleisch wird ja auch Dort oben hingebaut Oh leh Ja gut Zur Not kann ich dann immer noch Jeweils noch hier Entfernen Speichern Komplex Zur Not kann ich ja hier noch Immer noch eins hochsetzen Das ist ja das Gute an den T3 Ähm An den Kreuzverbindungen Ja Ähm Was wollte ich denn Für die Achso Ich habe keine Raumschulbrennerei Sehe ich gerade Oh Da muss ich doch demnächst Wieder eine Blaupause Holen gehen Hahaha So Moduländerung Was Oh Gott ey Was will mich Hä So wenig nur Der Feuer Das war doch hier Neu Millionen gewesen So wenig ist Schauen wir mal ganz kurz Äh Raumkraut Raumkraut Ist klar Die kann ich ja hier Von den PGS Eingeklauen gehen Aber wie sieht es aus Mit Raumsprit Raumkraut Ne will ich nicht Wo ist denn hier Wo ist denn hier Hier ist eine Raumspritbrennerei Äh 375 Stationen Ich habe doch hier Irgendwann noch eine Raumspritbrennerei Gesehen Das war doch hier Bei den HRT's Oder Evas Zwilling Wieso wird denn das Hier noch angezeigt Ich habe hier extra Ja außer dass hier Die Handelsstationen Kaufen Verkaufen Weil ich doch immer Natürlich nicht den Sinn Verstehe Äh Und zwar War doch hier Hier Nopelius Glück Was haben wir denn hier Hier ist eine Raumspritbrennerei Sehr schön Da können wir die dort Klauen Hier gibt es nämlich Zwei Stück Sehe ich gerade Pharma Hm Amal CD Produkt Das ist auch cool Aber hier eine Raumspritbrennerei Das ist auch gut Wobei Wart mal Wart mal Das wird ja jetzt heute mal Eine kleine Längere Folge Aber Ich Habe ich die nicht Ich glaube ich habe sie nicht Ne Produktmodule Ich habe sie nicht Da wird das heute mal Eine längere Folge Als normal Denn So Einmal abdocken Ja Jetzt hat der wieder schon Das Problem Dass er wieder hier nicht Ah jetzt wieder nochmal landen Sehr schön So Ab und zu hat er so Kleinen Macken Dann Schauen wir mal ganz kurz nach Mit einer Raumspritbrennerei Dass ich die mir eventuell kaufen kann Ansonsten Müsse ich bei die HATs fliegen Blaupausen Und zwar Ne 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 Schade Das heißt Ich muss hier bei den HATs fliegen Und Die haben das definitiv Freie Liga von Hatikwa Da fehlen mir noch Zwei Punkte Schade Egal Egal Dann Würde ich sagen Wasser Wobei Ich hab jetzt auch leider kein Ne ne warte mal Ich muss das echt ausprobieren Jetzt Leute Ich muss das leider jetzt ausprobieren Wir nehmen die Pulsar Teleportiere Wir nehmen das Schiffchen hier Docke an Das ist ja nur eine Sache von zwei Minuten Starten den Sinzer Wie gesagt ich muss das ausprobieren Aber ich glaub die Raumspritbrennerei kann ich hier glaub ich nur ab Stufe 10 kaufen So du bist angedockt Gut Teleportiere zu Docke ab Und andockeln Ach hier Trommel da So Dann Bababababababababab Und sonst muss ich mir die raussprengen Mal schauen Ja wenn dann würde ich die raussprengen So Jetzt hatte ich das Spiel aufgehangen Ne So Dann schauen wir mal Hi Modelle Raumspritproduktion Oh wir können es uns leisten Wenn wir Geld haben Aber 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 Guten Tag Handelsabkommen Eine Million nur Ausrüstung Hab ich ja eigentlich alles gekauft Stopp Raumsprit Oh die hat auch Raumkraut Schau mal Der hat auch Raumkraut Ich würde sagen Wir machen hier mal Feierabend Ich versuche ein bisschen Geld dran zu kommen Und dann Würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Kaufen uns hier die Raumkraut und Raumspritbrennerei Schau mal Raumkraut braucht genau dasselbe wie Das von den Teladis Einmal schauen Und ja Dann Würde ich sagen Da läuft schon einer rum Den hier Erstmal Entfernen alle Aufträge Ich setze mich wieder nach unten In meine Pulsar hinein Und lasse erstmal für eine Stunde Wieder mal den Sinzer laufen Wie gesagt Zeit ist Geld Und ja Dann sehen wir uns In der nächsten Folge wieder Also bis dann Tschüss